Budgetierung für die Betriebsratsarbeit. Muss sich der Betriebsrat darauf einlassen? Mein Name ist Dr. Matthias Ferstle. Ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht und Referent bei der WAF. Nein, der Betriebsrat muss sich auf keine Budgetierung einlassen. Der Betriebsrat muss sich vielmehr nur auf eins einlassen, nämlich ist das, was der Betriebsrat anschaffen, besorgen bzw. buchen will, erforderlich? Ist beispielsweise ein juristischer Kommentar, die Interessensvertretung durch einen Anwalt oder aber die Teilnahme an einem Seminar erforderlich? Wenn der Betriebsrat das bejahen kann und einen ordnungsgemäßen Beschluss fasst, dann hat der Arbeitgeber diese erforderlichen Kosten zu tragen. Grundlage dafür ist § 40 Absatz 1 Betriebsverfassungsgesetz. Sie müssen sich also auf keine Budgetierung einlassen. Und erst recht nicht müssten Sie es akzeptieren, wenn Ihr Arbeitgeber versuchen würde, durch die Hintertür nun doch eine Budgetierung einzuführen. Beispielsweise, indem er die Kosten, die durch Ihre Betriebsratsarbeit anfallen, publik macht. Und zwar in dem Bemühen, sie durch die dadurch geschaffene betriebsinterne Aufmerksamkeit klein zu kochen. Ein solches Vorgehen Ihres Arbeitgebers würde einen groben Verstoß gegen die vertrauensvolle Zusammenarbeit darstellen und Sie als Betriebsrat könnten dagegen gerichtlich vorgehen. Bei besonders gravierenden Verstößen könnten Sie sogar einen Strafantrag bei der Staatsanwaltschaft gegen den eigenen Arbeitgeber stellen. Soweit jetzt der rechtliche Rahmen. In der Praxis allerdings schätzen aber auch viele Betriebsräte tatsächlich eine Budgetierung. Denn der Deal mit dem Arbeitgeber ist dann derjenige, dass der Arbeitgeber nicht mehr bei jeder einzelnen Position, die der Betriebsrat jetzt anschaffen will, haarklein genau prüft, ob diese Anschaffung wirklich erforderlich ist. Damit kann der Betriebsrat also auch nützliche Gegenstände einkaufen bzw. auch Seminare, die einer strengen Erforderlichkeitsprüfung so vielleicht dann doch nicht ganz standhalten würden. Sollten Sie diesen letztgenannten Weg der Budgetierung anstreben, muss natürlich eins für Sie das Ziel sein, nämlich ein möglichst hohes Budget. Aber keine Sorge, sollten die Verhandlungen aus Ihrer Sicht unglücklich verlaufen sein, die Bezahlung erforderlicher Kosten kann Ihnen Ihr Arbeitgeber niemals wirksam abkaufen. Sie werden also immer die Bezahlung dieser erforderlichen Kosten verlangen können. Also, wenn Sie wollen, verhandeln Sie. Ruhig. Mein Name ist Dr. Matthias Ferstl und wenn Sie weitere Tipps für Ihre ganz praktische Betriebsratsarbeit erfahren wollen, dann abonnieren Sie doch diesen Kanal. Hat's dir gefallen? Super! Dann sieh dir doch auch dieses Video an, das speziell für dich ausgesucht wurde. Hier findest du ein Gratis-Angebot für dich als Betriebsrat. Und hier kannst du kostenlos unseren Channel abonnieren. Wir freuen uns auf dich. Sei beim nächsten Mal wieder dabei!